Sie ist das Gesicht der Olympischen Spiele in Paris 2024. Und auch wenn ihr vielleicht nicht die Olympischen Spiele so sehr verfolgt, werdet ihr hundertprozentig nicht an Simone Biles vorbeigekommen sein. Simone Biles ist die beste Turnerin aller Zeiten und zwar mit Abstand. 1,42 groß, strahlendes Lächeln und sie wirbelt wie die Luft, wie einfach keine andere. Und Paris ist ihr großes, großes Comeback. In Tokio 2021 musste der Superstar wegen psychischen Problemen den Wettkampf abbrechen. Und diese psychischen Probleme haben auch mit einem ganz bestimmten Mann zu tun. Larry Nasser, der ehemalige Sportarzt der Nationalmannschaft. Nasser hat jahrzehntelang systematisch hunderte junge Mädchen und Athletinnen sexuell missbraucht. Und darunter eben auch Simone Biles. Es ist der größte Missbrauchsskandal der Geschichte des US-Sports. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über sexuellen Missbrauch. Und dabei gehen wir ab und an auch ins Detail. Wir sprechen über die psychischen Folgen, die ein solcher Missbrauch hervorrufen kann. Wenn das zu schwer für euch ist oder ihr ein ungutes Gefühl dabei habt oder das ein ungutes Gefühl in euch hervorruft, dann überspringt diese Folge. Hört sie nicht alleine, sondern mit einer Person, der ihr vertraut. Oder sprecht über das Gehörte gerne auch mit uns. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Teil, Frederike. Genau, fangen wir an mit Simone Biles. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache vorneweg sagen. Vielleicht haben sich jetzt ein paar von euch gewundert. So, hä? Die Olympischen Spiele sind doch alle vier Jahre. Wieso ist denn Tokio 2021? Also das war ja in Corona-Zeiten. Und der Wettkampf an sich hieß eigentlich Tokio 2020. Wurde aber... In Tokio ein Jahr später, also im Jahr 2021, wurden da die Olympischen Spiele ausgetragen, weil Corona das Ganze verschoben hatte. Nur nochmal zur Aufklärung. Und ich werde jetzt einfach, wenn ich von Tokio spreche, von Tokio 2021 sprechen, weil ich das immer so verwirrend fand. Das hat ja in dem Jahr vor drei Jahren das Ganze stattgefunden. Also es war der kürzeste Olympische Zyklus, den es jemals gab. Der war nämlich nur drei Jahre zwischen den beiden Olympischen Spielen. Aber fangen wir mit Simone Biles an. Simone Biles hatte eine schwierige Kindheit. Ihre leibliche Mutter Shannon war drogenabhängig. Und im Alter von drei Jahren kam Biles mit ihren drei Geschwistern zu einer Pflegefamilie und wurde später von ihren Großeltern mütterlicherseits adoptiert. Sie wuchs in Spring, Texas auf und absolvierte ihre gesamte schulische Ausbildung im Hausunterricht. Das finde ich auch mal so interessant, dass das in Amerika eigentlich ziemlich häufig vorkommt. Also gar nichts. Bei uns ist das ja wahnsinnig ungewöhnlich. In Amerika ist das eben überhaupt nicht so ungewöhnlich. Das liegt aber auch zum Beispiel ganz oft damit zusammen, weil das Land so groß ist und nicht immer unbedingt eine gute Schule in der Nähe ist. Und deswegen sich viele Familien auch zum Hausunterricht oder für den Hausunterricht entscheiden. Mit nur sechs Jahren fing die kleine Simone Biles an zu touren mit absoluter Begeisterung und Leidenschaft. Und für sie war einfach direkt klar, dass sie Profiturnerin werden will. Und im Sommer 2025 schloss sie ihre schulische Ausbildung ab und wurde dann auch oder entschied sich dann für den Weg der Profiturnerin. Und ja, die US-Amerikanerin hat das Touren also wirklich auf ein ganz neues Level gehoben. Da sind sich alle einig. Also wenn ich Simone Biles beim Touren zusehe, ich bin ein riesen Tourenfan durch sie geworden und kriege da immer wieder Gänsehaut, weil es einfach unglaublich ist, was sie turnt. Also einfach vielleicht auch für die, die sich nicht so sehr damit auskennen. Es wurden ganze Tourenelemente nach ihr benannt. Also die müssen ja an den verschiedenen, am Stufenbarren oder auf dem Boden gibt es ja verschiedene Elemente, die sie touren. Und sie hat einfach mal, ich glaube mittlerweile fast fünf Elemente, die nach ihr benannt worden sind. Vier oder fünf, nagelt mich bitte nicht fest, die nach ihr benannt worden sind. Und deswegen, weil kein anderer Mensch sie tournen kann. Also es hat noch keine andere Frau auf dieser Welt, das geturnt, so wie sie turnt. Und deswegen gibt es den Simone Biles eins und den Simone Biles zwei. Und ich finde es irgendwie ganz schön, dass sie ja in Zukunft werden andere Tournerinnen versuchen, ihre Elemente zu touren. Und dann werden sie den Simone Biles touren. Und das hat es so in der Form einfach noch nie gegeben, dass jemand diesen Turnsport so dermaßen dominiert. Und sie ist auch in Amerika ein absoluter Superstar. Weil wenn man sich mal anschaut, wer so in den Rängen sitzt, wenn sie tournt. Und auch jetzt bei Olympia, dann sind das halt nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer und Olympia-Fans, sondern da sitzt die Hollywood-Elite. Und nicht nur das, da sitzen die größten Sportler der Welt. Serena Williams hat ihr zugeguckt, Snoop Dogg hat ihr zugeguckt, LeBron James, das ganze Basketballteam waren da. Und alle haben dieser kleinen Frau mit 1,42, haben sie angefeuert und mitgefiebert. Und da wird einfach mal wieder klar, was Simone Biles für einen Status hat. Und zwar auch, dass selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama nach eigenen Worten zu Hause vor dem Fernseher die Luft anhielt. Und in den sozialen Netzwerken würdigte er sie oder würdigte er den Turnstar als GOAT, the greatest of all times. Also die größte aller Zeiten. Und wie gesagt, auf der Tribüne saßen neben Snoop Dogg auch Tom Cruise. Lady Gaga war da, Ariana Grande waren da. Und die haben alle ihrer Landsfrau die Daumen gedrückt. Und ich finde es irgendwie, für mich war das unglaublich zu sehen. Ich bin auch ehemalige Leistungssportlerin, Schwimmerin. Und ich finde es immer wieder toll, wie Sport einfach faszinieren kann und Menschen positiv bewegen kann. Und Adele hat ja jetzt zum Beispiel auch auf ihrem Konzert, jetzt nicht für Simone Biles, aber für den 100-Meter-Sprint der Frauen im Leichtathletik ihr Konzert unterbrochen. Und alle haben halt eben diesen 100-Meter-Sprint gesehen. Da kriege ich halt Gänsehaut am ganzen Körper. Ich finde das so, 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 so schön, was da gerade in Paris passiert. Und ich finde es immer ganz wunderbar, ja, was bei Simone Biles passiert, weil sie einfach komplett rasiert und wirklich alles gewinnt. Wo sie startet, das gewinnt sie auch und hat jetzt mittlerweile, ich glaube, auch schon wieder vier Goldmedaillen gewonnen. Doch diese Beliebtheit, die Simone Biles hat, hatte eben nicht nur sportliche Gründe. Die Geschichte der Turnerin hat auch eine Schattenseite. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 hatte Simone, oder beziehungsweise wollte sie nach ihrer Erfolgsgeschichte in Rio vier Jahre zuvor ein weiteres goldenes Kapitel hinzufügen. Also sie hatte in Rio auch schon vier Goldmedaillen gewonnen und wollte natürlich in Tokio nochmal einen draufsetzen. Und sie war halt die absolute Top-Favoritin in Tokio. Doch dann ist etwas passiert, womit keiner, wirklich keiner gerechnet hat und einfach alle, ja, die Luft angehalten haben. Es war echt quasi ein Schock, weil Simone Biles im Sprung die Orientierung verloren hat in der Luft. Und man hat richtig gesehen, alle Sicherheit war weg. Und man hat zugesehen, wie dieser Superstar, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, versagte. Und das war ein ganz krasser Sport-TV-Moment. Und auch was danach passiert ist, hat es so noch nie gegeben. Also bei Simone Biles, das müsst ihr euch so vorstellen, es hat auf einmal Klick gemacht. Sie hatte eigentlich vor, nach dem Absprung mindestens zweieinhalb Mal sich um die eigene Achse zu drehen. Und sie hat auch unzählige Male diesen Sprung schon gemacht. Im Training und im Wettkampf hat sie ihn auch schon ganz oft gestanden. Doch noch auf einmal beim Olympischen Mannschaftswettbewerb von Tokio sagte ihr Kopf, nein. Sie hat, sagt sie später her, mit Dämonen gekämpft. Und sie landete diesmal nur nach anderthalb Drehung auf der Matte. Und Tournerinnen nennen das Twisties. Und Twisties ist etwas, wenn der Rhythmus sozusagen gestört ist. Also das ist so ein bisschen, das Gehirn stottert für eine halbe Sekunde. Beziehungsweise, ich glaube, das ist, wenn du mal kurz zu viel über etwas nachdenkst. Und dann auf einmal nicht mehr weißt, wie es geht. Also ein ganz plumper Vergleich. Ihr wollt euren Code eingeben für eure Kreditkarte, EC-Karte. Und auf einmal denkt ihr, was war das denn nochmal? Habt es schon hunderte Mal gemacht, aber auf einmal ist es weg. Und so war es bei ihr auch. Es war einfach, sie meinte, das Gefühl war einfach weg. Sie hatte plötzlich Angst. Sie hatte keine Kontrolle mehr über ihren Körper. Und sie sagte, ich wusste nicht mehr, was mein Körper als nächstes tun wird. Also diese ganze Selbstverständlichkeit, die sie über die Jahre sich antrainiert hat, war weg. Und vor allem sagte sie, ist das halt wahnsinnig gefährlich, weil es geht nicht nur darum, dass du halt dann nicht gewinnst oder keine gute Kür machst. Sie meinte, bei meiner Art von Sprung geht es halt darum, dass ich mein Leben riskiere. Sie meinte, wenn ich falsch aufkomme oder ich ein Salto nicht richtig ausführe und ich auf dem Kopf lande, bin ich halt einfach tot. Da kann ich von sterben, da kann ich querschnittsgelähmt werden, ich kann mir was brechen. Und sie hat einfach gesagt, das möchte ich nicht. Und es war zu viel. Und so stieg sie dann 2021 vom Mannschaftsmehrkampffinale aus und bestritt einfach zwei Jahre lang keinen Wettkampf mehr, um sich zu erholen. Sie hatte sich damals in Therapie begeben und spricht auch ganz offen darüber in ihrer Netflix-Doku, wie sie halt versucht, über einen Weg aus diesen Depressionen auch herauszufinden. Und das fand ich eine wahnsinnig starke Dokumentation. Schaut euch das gerne mal an. Und sie sagte dann, nachdem sie sich ausgeschieden ist 2021, sagte sie mal in einem Interview mit New York Magazine, ich hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen, weil wenn man sich anschaut, was ich die letzten sieben Jahre alles durchgemacht habe, hätte ich eigentlich gar nicht zum Olympiateam gehören dürfen. Und es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis ihr Körper sagt, dass es jetzt genug war. Und was ich total toll fand, war, dass Simone Biles da ganz offen darüber gesprochen hat. Und sie vermittelte einfach, dass es okay ist, auch mal nicht okay zu sein. Also dass auch sie als Superstar einfach mal nicht okay sein kann. Und sie hat einfach gesagt, meine psychische Gesundheit und meine Gesundheit grundsätzlich geht halt vor den Erfolg. Und das hat sich so zuvor noch keiner getraut. Also früher im Turm, die Mädchen, die wurden so zur Leistung getrieben. Ich meine, mehrere haben sich oft mal irgendwie einen Knöchel gebrochen, Schienbein gebrochen. Die sind einfach so lange geturnt, auch über ihre Verletzungen hinaus. Und hat sie einfach gesagt, nein, das ist nicht in Ordnung und das mache ich nicht. Und was dann total erschreckend war, aber auch irgendwie nicht gerade verwunderlich war, dass sie natürlich wahnsinnig viel Hate abbekommen hat. Sie wurde als Versagerin, als Kameradenschwein und als Quitter beschimpft. Und ich fand das damals, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ich fand das damals richtig, richtig schlimm. Eine junge Frau sagt einfach wirklich, auf der die ganze, ja sie sagt immer, die ganze Last der Welt auf ihren Schultern ruhte. Also sie war halt die Olympia-Hoffnung und sie sagt halt einfach, ich kann nicht mehr. Und die Weltöffentlichkeit hat einfach nichts Besseres zu tun mal wieder, als einfach auf dieser Frau rumzutrampeln. Und ich fand das damals, ich fand das ab sie einfach nur bewundert und fand es einfach wieder richtig arschlochmäßiges Verhalten von der Welt, dass wir einfach immer so haten müssen. Ich begreife es auch nicht, Fredi und ich haben da gestern auch privat drüber gesprochen, weil wir sowas einfach nicht begreifen, wie Leute, also ich meine jetzt gerade bei Simone Weil, die hat einen richtig krassen Grund, warum sie sich für sowas entscheidet und warum sie so gehandelt hat, wie sie damals handelte. Und dann denke ich mir doch einfach nur, da ist eine junge Frau, die irgendwie ihr Innerstes nach außen kehrt und irgendwie eine Schwäche zugibt und einfach sagt, Leute, ich kann nicht mehr. Und dann gibt es immer noch Menschen, die dann weiter darauf rumhacken, anstatt da zu sitzen und zu sagen, es ist so nachvollziehbar, die arme Person, wie kann man der vielleicht irgendwie helfen oder Empathie aufbringen oder wie auch immer. Stattdessen wird da wiederum gehatet, ich werde es nie begreifen. Ich kriege es nicht in meinem Hirn. Und vor allem, weil sie ja, das war natürlich total bitter für ihre Mannschaftskolleginnen, also im Turn trittst du alleine an, trittst aber auch in der Mannschaft ein. Und sie hat ja ihre Mannschaft hängen gelassen. Also die waren, eigentlich hätten ja ihre anderen vier Turnkolleginnen, hätten ja Gold gewonnen mit ihr. Aber dadurch, dass Simone zurückgetreten ist, haben sie halt nur, nur in Anführungsstrichen Bronze geholt. Aber selbst die waren ja nicht sauer auf Simone Weil. Also so nach dem Motto, was haben wir in der Welt für ein Recht, das dann zu sein? Vor allem, und das hatten ja ganz, ganz viele vergessen, glaube ich, zu der Zeit. Das hast du jetzt auch gerade so angeteast, Nina, ist dieses, was drei Jahre zuvor passiert ist. Im Januar 2018 machte nämlich Simone Weil im Zuge der MeToo-Kampagne öffentlich, dass sie vom ehemaligen Teamarzt des amerikanischen Turnteams von Larry Nasser auf der Caroli Ranch, das ist das größte Trainingszentrum für Profiturnerinnen in der USA, dass sie dort missbraucht worden sei. Und schon im September 2016 bis November 2017 hatten über 150 Frauen, darüber sprechen wir aber gleich nochmal ausführlich, beziehungsweise Nina spricht da nochmal ausführlich drüber, halt angezeigt, dass sie von Nasser missbraucht worden seien. Und was ich so pervers finde, ist, dass halt auf dieser Ranch diese Trainingsbedingungen halt so gut waren, dass es war halt der Elite-Stützpunkt der Nationalmannschaft. Es war irgendwo ganz abgeschieden im Wald. Die Eltern durften das Gelände nicht betreten. Die Sportlerinnen waren komplett abgeschirmt. Das heißt, sie waren komplett in der Obhut von USA Gymnastics und halt von den Trainern vor Ort. Und die Eltern mussten natürlich auch wahnsinniges Vertrauen entgegenbringen, genauso wie die Sportlerinnen. Und das wurde einfach damals echt eiskalt ausgenutzt. Und Simone Biles sagte dazu auch später, ich musste kontinuierlich an denselben Trainingsort zurückkehren, an dem ich einfach missbraucht wurde. Und dass das etwas mit einem macht, das können wir uns, glaube ich, alle nur zu gut vorstellen. Und nach Tokio 2021 sagte sie dann einfach, ich kann nicht mehr, es reicht, ich muss das jetzt erstmal alles aufarbeiten. Und sie machte, wie gesagt, eine zweijährige Pause. Jetzt ist sie, das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, jetzt ist sie wieder zurück. Sie hat sich zurückgekämpft, auf die Weltbühne zurückgekämpft. Und man merkt einfach, dass es ihr besser geht, dass sie diese zwei Jahre oder diese drei Jahre genutzt hat, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit ihrer Depression auseinanderzusetzen, alles mal zu verarbeiten, was ihr immer wieder widerfahren ist. Und ich finde es einfach unglaubliche Leistung, die sie da jetzt bringt, dass sie wieder mehrere Goldmedaillen gewinnt, dass sie wieder am Strahlen ist. Es ist einfach ein Wahnsinns-Comeback. Und sie hat ein Tattoo. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von solchen Sprüchen, aber ich finde bei Simone Biles passt es einfach. Und zwar ihr linkes Schlüsselbein hat ein Tattoo. Und da steht Still I Rise. Und ich finde einfach, dass es bei ihr total passt. Das sind irgendwie Worte der Inspiration, der Widerstandsfähigkeit. Und halt eben das Wiederaufstehen. Und Simone Biles hat das mit ihrem Leben wirklich gefüllt, dieses Opfer. Und ja, wir wollen jetzt gleich noch, wir gehen jetzt auch noch mal gleich auf Larry Nasser ein. Aber Nina, hast du noch etwas zu Simone Biles, was du noch sagen möchtest? Oder sollen wir direkt bei Nasser jetzt einsteigen? Ich finde, was ich die ganze Zeit noch im Kopf hatte, weil du gerade gesagt hast, die Eltern geben ihre Kinder ja in so eine Obhut und versuchen zu vertrauen oder vertrauen diesen Menschen. Ich habe da noch ein paar Beispiele irgendwie gleich, aber da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber diese Ranch, diese Caroli Ranch, die irgendwo mitten in Texas, irgendwo in der Pampa ist, auch da, also diese beiden Menschen, das ist so ein Ehepaar, die das geführt haben, die müssen auch richtig krass gewesen sein. Nämlich deren Motto auf dieser Ranch lautete, gelobt sei, was hart macht. Und ich finde, das spricht schon irgendwie so ein bisschen dafür, was da irgendwie für ein Klima oder für eine Arbeitsmoral herstelle. Die haben da auch schon richtig ordentlich halt den Mädels, vor allem den Jungturnerinnen, da ordentlich gedrillt. Und wenn man sich einfach vorstellt, ich meine klar, wir reden hier über Leistungssport und dass das nicht alles flauschig und irgendwie high detail ist, das ist einem sicherlich klar. Aber das sind junge Mädchen, wir reden hier von Mädchen, die teilweise 6, 7, 8 sind. Und die kommen dann dahin, werden dann da gedrillt. Und dann gibt es da noch einen Mann, der seine Machtposition ja eigentlich dann auch wieder komplett ausnutzt. Das kann ich schon so viel sagen. Also wir kommen gleich bei meinem Teil, sage ich das auch noch mal wahrscheinlich. Aber das hat mich in der Vorbereitung echt wahnsinnig gemacht. Ja, jetzt mich auch. Mich hat es auch damals wahnsinnig gemacht, als es rauskam. Mich hat das damals total getriggert. Ich war ja als ehemalige selbst, als ehemalige Leistungssportlerin und weil es ja auch im Schwimmsport immer wieder solche Anschuldigungen gab und wie soll ich das jetzt sagen, ich habe sowas halt auch mitbekommen in gewisser Weise. Das ist schon ein Thema, das ist schon krass. Und was du sagst mit dem Drillen, also bevor wir jetzt vielleicht noch mal darauf jetzt weiter eingehen. Also beim Touren war es halt eben so, damals, als diese Karoli Ranch auch gegründet worden ist, waren halt, die Russen waren halt so die Macht. Und das war für Amerika natürlich dann auch einfach, wie auch heutzutage gibt es auch einfach im Sport zwischen Russland und Amerika eine Riesenkonkurrenz. Und die Russen waren einfach die Besten und die Chinesen, die waren einfach beinhart und die haben einfach super krass trainiert. Die wurden super krass gedrillt, sind immer ganz früh in diese Trainingscamps gekommen. Und die Amerikaner haben gesagt, okay, irgendwie machen die ja was anderes, weil die alles gewinnen. Wir müssen jetzt auch damit anfangen. Und wie du schon sagst, Nina, das ist schon, wie die trainiert haben, sieben, acht Stunden am Tag. Das ist schon, das ist etwas anderes. Und ich kann selber jetzt als ehemalige Leistungssportlerin sagen, was ganz, ganz, ganz krass ist, ist dieses, das habe ich auch nie wieder danach erlebt, diese Obrigkeitshörigkeit zu deinem Trainer. Du hinterfragst nicht. Du hinterfragst nicht. Wenn der sagt, du machst jetzt, du, keine Ahnung, du machst jetzt 100 Liegestütz, dann machst du 100 Liegestütz. Auch wenn du eigentlich weißt, dass du es nicht kannst. Und auch wenn du weißt, es wird dir alles wehtun, du wirst heulen, vielleicht wirst du sogar irgendwie kotzen beim Training. Egal, du machst es. Der schreibt den Trainingsplan, du trainierst das und es wird nicht hinterfragt. Das ist ganz krass. Das ist ein ganz heftiges Verhältnis im Sinne von, da ist eine Person, eine Machtperson, eine autoritäre Person und du untergibst dich ihr komplett. Weil du einfach weißt, ich muss diesem Menschen vertrauen, um meine sportlichen Ziele zu erreichen. Und die Eltern kriegen nicht mit, was beim Training passiert, weil du auch gar nicht immer alles erzählst. Also ich will nur sagen, du, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, und bevor wir jetzt einsteigen, dass für die Sportlerinnen, wenn es einfach, was der Trainer sagt, was der Trainerstab sagt, ist halt einfach Gesetz. Was die mit dir machen, du vertraust komplett darauf, dass das, was die mit dir machen, richtig ist. Und deswegen ist das so schlimm, was jetzt passiert ist bei USA Gymnastics. Und ich habe mich nochmal mit Larry Nassar und seinem Werdegang auseinandergesetzt. Und ich fange mal an mit einer Frage von einer Betroffenen vor Gericht, vor Ingham County. Und sie sagte nur zu ihm, wer war eigentlich das erste Mädchen? Bin ich sie? Erinnerst du dich überhaupt? Weißt du überhaupt noch, was wir nie vergessen werden? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, Larry, wann das alles begann? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht konnte. Und ich finde, aus diesem Satz, weißt du überhaupt noch, was wir nie vergessen werden? Das ist, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Und diese Betroffene, die diese Frage gestellt hat, war 1988, acht Jahre alt, als Nassar in den Great Lakes Gymnastic Club in Michigan kam. Und dort, Nassar war gerade mal Mitte 20, tat er sich zusammen mit zwei jungen, aufstrebenden Trainern, die halt gemeinsam in diesem Sport aufsteigen wollten. Und sie sollten auch aufsteigen, weil sie später reichliche Olympiasiegerinnen und Olympiateilnehmerinnen trainieren werden. In diesem gleichen Jahr begann Nassar sein Medizinstudium an der MSU und hatte bereits vorher jahrelange Erfahrungen im Turntraining gesammelt. Und er wurde dann halt Trainer der Mädchen-Gymnastic-Mannschaft von einer Highschool. Als Trainer behandelte er auch kleinere Verletzungen. Und ein ehemaliger Klassenkamerad erinnerte sich, dass Nassar immer ganz, ganz stolz auch seine medizinische Tasche durch die Schule trug. Also er war wahnsinnig stolz, was er halt machen konnte und was er gemacht hat. Und er wurde halt sehr, klar, sehr, sehr ehrgeizig und kam dann halt eben auch oder fing an, seine ersten Beziehungen zu USA Gymnastics zu knüpfen. Das war dieser Nationale Dachverband des Turnspurts. Ein Mädchen sagte dann natürlich auch aus, dass sie, als sie Nassar getroffen hatte, das war 1992, zwölf Jahre alt gewesen war, und Nassar sie halt eingeladen hat, eine Flexibilitätsstudie zu machen. Oder ihm dabei zu helfen. Weil er musste natürlich für sein Studium an der MSAU, musste er verschiedene Kurse belegen, verschiedene Studien durchführen und eben halt auch diese Flexibilitätsstudie. Und sie erinnert sich, dass ihre Mutter nicht in der Stadt war, aber ihre Mutter ihr die Erlaubnis gab, halt zu Nassar nach Hause zu gehen. Und weil sie halt auch einfach sagte, ja, sie vertraut Nassar und es gab wohl auch mehrere, beziehungsweise das Mädchen hat gesagt, Nassar hätte ihr gesagt, es würde auch mehrere Versuchtpersonen geben an dieser Studie. Und deswegen hat sie gesagt, okay, dann macht sie das. Und ein Nachbar fuhr sie dann zur Nassars Wohnung und als sie dort ankam, war halt nur sie da und keine anderen Mädchen. Es gab keine anderen Probanden. Da sie aber Nassar vertraute, weil sie ihn ja vom Sport kannte, folgte das Mädchen im Vorschulalter seinen Anweisungen. Er sagte ihr, sie solle ein Bad in seiner Wanne nehmen. Das würde ihre Muskeln entspannen, damit sie dann flexibler wäre. Dann legte er sie nackt auf eine Behandlungsliege in seinem Wohnzimmer. Das Mädchen, oder jetzt Frau, erinnert sich halt, dass er dann angefangen hat, ihren zwölfjährigen Körper, zwölf, komplett zu massieren, dann überall mit seinen erwachsenen Fingern in ihren Körper hinein und hinaus glitt. Also sie gefingert hat. Und das war nur eines der vielen, vielen Male in den nächsten Jahren, wo seine Hände auf ihrem Körper waren. Mir wird richtig schlecht. Ich finde es so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Ich meine, ich wusste, dass ja jetzt was kommt, aber irgendwie das nochmal so zu hören und sich dann irgendwie zwangsläufig da so ein bisschen vorzustellen, dass da so ein junges Mädchen liegt, diesem Mann so ausgeliefert ist und der einfach da so seine Position und das so verkauft, als müsste das irgendwie sein. Und da liegt da einfach die... Und sie sagt auch, als sie dann weggegangen ist, danach, nach der, wie er sagt, der Behandlung, wusste sie, dass etwas passiert ist. Also sie hat gespürt, dass etwas nicht richtig war. Sie konnte aber nicht sagen, was, weil sie ja auch noch nie eine sexuelle Erfahrung gemacht hat in ihrem Leben. Sie wusste, sie wusste das nicht. Sie konnte das überhaupt nicht einordnen. Sie wusste nicht, dass sie sexuell missbraucht worden war. Sie wusste nur, dass sie sich sehr, sehr unwohl fühlte und dass halt etwas passiert ist, aber es halt einfach nicht in Worte fassen konnte. Deswegen hat er wahrscheinlich gedacht, das wird dann halt auch so normal sein. Wie ekelhaft ist es auch, dass er das immer so als Behandlung verkauft hat, als wäre das irgendwie notwendig für diesen weiteren Prozess. Das ist eine sehr gute Überleitung, weil ein weiteres Opfer erzählte nämlich auch, dass er ihr mal ein Lehrbuch gezeigt hat, weil Nässe hatte eine Spezialität und darauf kommen wir jetzt zu sprechen. In diesem Lehrbuch ist ein Beckenboden zu sehen und abgebildet sind Gruppen von Muskeln und Sehnen und Nerven, die halt im Becken in der Nähe der Genitalien zusammenlaufen. Und er war halt damals noch gar kein Arzt, aber er begann bereits, sich auf diesen Teil der Anatomie zu konzentrieren bei Turnerinnen. Und dieses, dass er das so offiziell gemacht hat, nutzte er später immer wieder, um seinen Kindesmissbrauch zu rechtfertigen. Weil er einfach gesagt hat, das ist eine ganz besondere Behandlungsmethode, die er da hat. und er müsste im Becken die Sehnen und die Muskeln massieren, also im Becken mit den Fingern in der Vagina der Athletinnen, ja, um dann die Sehnen und die Muskeln zu entspannen, damit die sich nicht verletzen. Was übrigens, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, totaler Bullshit ist. Diese Behandlung gibt es zwar, aber die soll nur im äußersten, äußersten Notfall durchgeführt werden und definitiv nicht bei Minderjährigen. Und so erzählen das halt immer, immer wieder halt auch Frauen, dass sie dann sagen, saßen in der Badewanne, er steckte ihr die Beine aus, führte mit seiner Hand und seine Finger halt in die Vagina und massierte in Anführungsstrichen die Mädchen von innen und eine sagt halt auch, dass sie sich nur noch daran erinnert, wie eine einzige Träne ihr die Wange herunterlief und sie es einfach nur versucht hat auszuhalten. 1993 macht er seinen Abschluss und positioniert sich halt eben später als Experte für genau diese Beckenbodenbehandlung. Ja, und er wurde halt ziemlich geschickt da drin, die durch die Stränge des Turnins verursachten Schmerzen zu lindern, aber er nahm sich halt auch immer mehr Freiheiten gegenüber der Mädchen, die halt weit über ihre medizinischen Bedürfnisse hinausgingen, wie ganz viele Überlebende halt auch berichten. Manchmal betatschte er ihre Brüste, was er nicht machen müsste, ganz unabhängig von ihren Beschwerden. Wenn sie zum Beispiel Beschwerden an schmerzenden Knöcheln oder am Nacken hatten, fing er halt an, sie an den Brüsten zu massieren und ganz oft beinhaltete halt auch eben seine Behandlung, die Penetration ihrer Vaginas, wenn sie halt zum Beispiel Knöchelschmerzen hatten. Und es gibt, wie gesagt, ein anerkanntes osteopathisches intravaginales Verfahren für erwachsene Frauen mit einem ganz spezifischen Problem, aber es wird, wie gesagt, als letzter Ausweg betrachtet und soll auch nur in den schwersten Fällen angewendet werden, wenn überhaupt. Es soll aber niemals bei vorpubertären Mädchen angewendet werden und vor allem soll es auch niemals angewendet werden, wenn natürlich auch bei einer erwachsenen Frau man sich nicht wohl damit fühlt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also das muss ja immer mit einem selber, muss man ja auch zustimmen. Und viele Opfer sagen halt jedes Mal, wenn sie ihn besuchten, wurden sie auf diese Weise von ihm missbraucht. Er poliert in während der Zeit natürlich sein Image auf, er arbeitet ehrenamtlich an Schulen, an Gymnastik-Workshops, Sportmedizin, spricht auf irgendwelchen Konferenzen und er ist halt irgendwie so, ja, everybody's darling. Er schreibt ein Lehrbuchkapitel über die Richtlinien für Durchführung medizinischer Techniken in der Nähe von Genitalien. Er drehte mehr als tausend Videos über diese Techniken, wo er osteopathische Sachen, Techniken anwendet, in der Nähe der Genitalien, aber ohne Penetration und somit hat er das so ein bisschen legitimiert. Das klingt jetzt echt so, das ist so schwierig, das so zu sagen, aber so hat er es halt immer so verkauft, so nach dem Motto, naja gut, das ist ja eine wichtige Behandlung, die ich hier durchführe. Und ich glaube, deswegen haben das auch so lange so viele Leute vielleicht auch einfach weggenickt. Um zu verschleiern, was er tat, beschrieb er seine Behandlung gegenüber verschiedener Personen immer wieder auf unterschiedliche Weise und stellte sie gegenüber der medizinischen Welt als nicht invasiv da, während er unter dem Vorwand, sie zu heilen, halt eben gesagt, in die Vagina oder in das Rektum von Tonerin eindrang. Und viele seiner Opfer waren eben so jung und so naiv und so vertrauensvoll, dass sie einfach noch nicht mal merkten, dass sie missbraucht wurden. Und jahrzehntelang, und das finde ich halt auch so krass, ja, war diese Unsicherheit und dieses Vertrauen ihm gegenüber und diese Verwirrung dieser Mädchen, dass es ihm halt einfach ermöglichte, wirklich weiterzumachen und immer mehr Mädchen zu belästigen. Es gab halt kaum jemand, der, ja, sich irgendwie gegen ihn gewehrt hätte oder mal gesagt hätte, stopp. Es gab sogar welche, die gesagt haben, naja, von uns wurde, von Anfang an wurde uns beigebracht, dass durch diese intensive Trainingseinheiten, natürlich wie diese emotionalen Achterbahnen, des Wettkampfes, durch Verletzungen, Müdigkeit, Schmerz, wir mussten das alles aushalten. Das wurde uns einfach die ganze Zeit beigebracht. Das ist immer dieses, was ich gerade meinte. Sie hatten, wir mussten das aushalten, wir müssen vertrauen und dann ist da dieser Arzt von USA Gymnastics, Kernmitglied, dieser Taskforce, der eigentlich nur dafür da ist, um diese Mädchen besser zu machen, damit die ihre Träume erfüllen und der macht dann so etwas mit dir. Die haben sich auch oft einfach gar nicht getraut, etwas dagegen zu sagen beziehungsweise haben das einfach über sich ergehen lassen, weil sie dachten, naja gut, wird halt irgendwie schon richtig sein und sie haben es nicht infrage gestellt. Und alle Mädchen, das war auch noch, kann man noch hinzu, erschwerend, liebten Larry Nasser einfach. Also es ging nicht nur so darum, dass sogar USA Gymnastics und andere diese Warnzeichen in Pädophilie einfach auch übersehen haben, aber er nutzte halt auch einfach diese raue Kultur des Turnens aus, wo zum Beispiel der verbale Missbrauch durch Trainer üblich war oder wo du die ganze Zeit dein Tagesablauf bestimmt wird, was du isst, was du trinkst und das Ganze nutzte er aus und war immer so der Nette. Er brachte ihnen dann Skittles oder er brachte ihnen dann Süßigkeiten und hat ihnen immer so kleine Geschenke gemacht und war irgendwie immer so der positive Gegenpol, dass die Mädchen sich sogar gefreut haben mit Larry. Ach, da ist er wieder, der nette Larry und endlich können wir wieder zu ihm und er ist doch so nett und er ist der Einzige, der uns nicht anbrüllt und so. Aber er war halt derjenige, der dann einfach die Mädchen missbraucht hat und es war jetzt auch nicht so, dass sie nicht darüber gesprochen haben untereinander. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich dachte so, naja gut, irgendwann sind sie vielleicht ein bisschen älter, warum reden die nicht miteinander? Aber dann war ein, das war eigentlich ganz spannend, hat eine Turnerin gesagt, naja, sie hat dann schon mal, sie fand das dann schon komisch, dass sie Rückenschmerzen hatte und er halt dann wieder diese Beckenbodenbehandlung durchgeführt hat bei ihr und sie hat dann mit einer Kollegin gesprochen oder mit einer anderen Athletin und sagte halt irgendwie, ich finde das irgendwie komisch, macht er das bei dir auch? Und dann hat sie die anderen nur gesagt, nee, nee, das ist normal, das macht er bei mir auch, das macht er hier bei jeder. Daher unterfragt man das ja noch weniger und dann sagst du ja wahrscheinlich noch so, ja gut, okay, wenn das irgendwie alle machen, dann wird das schon richtig sein. Der hat sich natürlich irgendwie so über die Jahre alleine durch seine Position da irgendwie so ein Standing erarbeitet, dass da sowohl die Mädchen das irgendwie nicht hinterfragt haben, weil wie du sagst, na klar, wenn die dann, wenn man es nicht besser weiß und auch gar nicht anders kennt und dann sitzt da eine andere Person und sagt, nee, bei mir macht er das auch, ja, dann ist das, glaube ich, wenig verwunderlich, dass sie sich dann denken, ach ja, dann ist das so, dann gehört das dazu. Es gibt eine Frau, die auch erzählt hat, dass sie das ihren Eltern damals erzählte, da komme ich gleich drauf zu sprechen und dass die das auch, ja, sagen wir jetzt mal, ihr nicht geglaubt haben und ihm eher glaubten, weil er einfach eben dann so eine Position hatte und sich das Vertrauen quasi aller erkämpft hat. Und das finde ich das Schlimme daran, dass der da Jahre über Jahre, es waren ja Jahrzehnte, da irgendwie tun und lassen konnte, was er wollte und keiner hat das, wirklich keiner hat das angezweifelt. Ja, und also es gab und wenn es Leute angezweifelt haben, dann waren es halt immer noch ganz, ganz wenige und die wurden dann halt auch direkt so ein bisschen mundtot gemacht. Also zum Beispiel eine ehemalige Turnerin, Larissa Beuys, sagte dann schon, dass sie bei der MSU-Trainerin Katie Clagas Bedenken geäußert hatte, also bei der Trainerin gesagt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und dann meldet sie sich sogar noch eine zweite Turnerin, aber halt anstatt, dass Clagas irgendwie die Polizei angerufen hatte oder MSU-Beamte angerufen hat, hat sie halt dem Mädchen, der Larissa Beuys, das Gefühl gegeben, dass sie in Schwierigkeiten war und sie sagte, ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, die mich glauben ließ, ich sei das Problem. Dass dieser MSU-Mitarbeiter hat mich dann wieder an sie, den Wolf, verfüttert, damit sie mich weiter auffressen. Also es hat sich einfach keiner dann weiter darum gekümmert, weil man muss auch dazu sagen, wahrscheinlich konnten sie es selber nicht glauben oder weil sie gesagt haben, naja gut, er ist so erfolgreich und wir sind so erfolgreich im Tun, was wir tun. Das wird schon seine Richtigkeit haben, was natürlich ein fataler Fehler ist. Die Polizei von Michigan hat dann vor seiner Verhaftung 2016, da kommt Nina auch nochmal drauf, natürlich gleich zu sprechen, zweimal gegen Nessa ermittelt und einmal im Jahr 2004 und ein weiteres Mal im Jahr 2014. Die erste Untersuchung wurde nie an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und die zweite Untersuchung wurde durchgeführt, aber es wurde nie eine Anklage erhoben. Anfang 2014 berichtete eine MSU-Absolventin Amanda Thomas-Show, dass Nessa ihre Brüste und ihre Vagina massiert hätte, nachdem er die einzig andere anwesende Person während dieser Untersuchung weggeschickt hatte. Sie sagte ihm, er solle aufhören, aber er tat es nicht, bis sie wirklich seine Hand physisch von ihr entfernte. Daraufhin leitete die Universität wirklich mal eine Untersuchung ein und schaltete auch die Polizeibehörde ein, die dann separat eine strafrechtliche Untersuchung einleiteten. Im Jahr 2015 ging dann eine weitere Beschwerde ein, diesmal bei USA Gymnastics und sie veranlasste, also diese Beschwerde veranlasste dann auch Nessa an aller Stille zu entlassen. Die Organisation informierte sogar das FBI, aber niemanden sonst. Nessa arbeitete noch ein weiteres Jahr mit einem Mädchen an der MSU und bei den Twisters, während die FBI-Untersuchung weiterlief. Und dann, so kam das Stein eigentlich so richtig ins Rollen. Und zwar, das war das Anfang vom Ende für Nessa, als der Indie-Star, das ist eine Zeitung, am 4. August 2016 eine Geschichte rausbrachte über den sexuellen Missbrauch im Turnen. Und innerhalb von weniger Wochen meldeten sich ganz, ganz viele ehemalige Turnerinnen und Turner bei der Zeitung und berichteten über ihren Missbrauch durch Nessa. Und hier muss ich noch ganz kurz sagen, dass sie zufällig über Nessa gestolpert sind, weil sie hatten eigentlich sexuellen Missbrauch im Turnen. Es war breiter gefasst. Also sie hatten nämlich festgestellt, dass es ganz viele Trainer gab. Das kommt ja noch hinzu, Nessa war ja nicht der Einzige. Es gab Trainer, über die sie gehört hatten, die wohl Athleten sexuell missbraucht haben sollen. Und eigentlich wollten sie darüber eine Geschichte schreiben. Dann hatten sie diese Geschichte rausgebracht. Und dann meldeten sich aber so viele Turnerinnen und Turner über Nessa, dass sie sich gedacht haben, das ist die noch viel größere Geschichte, weil Nessa hat es ja wahrscheinlich noch viel systematischer gemacht und hat einfach Hunderte von Athletinnen missbraucht. Und dann kam halt beziehungsweise während dann, dass da alles lief, der Artikel war draußen, die Untersuchungen liefen weiter, gab es noch eine schockierende Enthüllung, die Nessa natürlich dann ja sehr, sehr, sehr schlecht für ihn waren. Und zwar gab es eine Durchsuchung in seinem Haus im September und dort wurden 37.000 Bilder von Kinderpornografie auf Computerlaufwerken gefunden, die Nessa zuvor in den Müll getan hatte, aber die haben den Müll durchsucht und haben das dann alles gefunden. So, und dann war halt einfach klar, okay, die ganzen Turnerinnen und Turner sprechen sich gegen, fangen an, gegen ihn auszusagen. Und sie haben auch einfach noch diese Bilder von Kinderpornografie gefunden. Und so landete der größte Sportskandal der amerikanischen Geschichte vor Gericht. Genau, das war, wie Fredi eben schon sagte, im Herbst 2016, da wurde er verhaftet und der Prozess beziehungsweise die Prozesse, muss man ja eigentlich schon sagen, die fingen dann 2017 an. Ich sage Prozesse, weil es drei verschiedene gab. Das war einmal dann Ende 2017, wurde er wegen Besitzung von Kinderpornografie zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Das war das, was Fredi gerade jetzt am Ende sagte, dass sie das bei ihm bei der Hausdurchsuchung gefunden hatten. Und dann ging es weiter mit Anfang 2018, folgte dann die Verurteilung zu 40 bis 175 Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs. Und kurz darauf kam dann das Urteil im dritten Prozess. Da kamen dann Dutzende weitere Jahre Gefängnis, also 40 bis 125 Jahre Gefängnis dazu. Also das heißt, am Ende braucht man das gar nicht mehr zusammenrechnen, wie viele Jahre der am Ende hat. Wir können es einfach runterbrechen auf, der Mann sitzt lebenslänglich hinter Gittern und der wird auch einfach nicht mehr rauskommen. Und im damaligen Strafantrag stand auch was drin und ich fand das sehr bezeichnend. Deswegen erwähne ich das einmal. Nasser jagte jahrzehntelang unwissende Opfer an jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit. Und ich finde, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie subtil der das vor allem ja gemacht hat. Und die zuständige Richterin hatte damals dann auch erklärt, dass er einfach, und das finde ich am allerschlimmsten, dass er den Mädchen und jungen Frauen durch seine Tat einen der wichtigsten menschlichen Qualitäten beraubt hat, nämlich Vertrauen. Die haben diesem Mann vertraut und ich meine, gerade unter so Extremsituationen wie jetzt auch so ein Leistungssport, wo du weg bist von deiner Familie, wo du so krass gedrillt wirst und so, dann bist du froh über jemanden, über ein vertrautes Gesicht und so wie der sich das Vertrauen erkämpft hat mit er ist der Nette von nebenan, der dann Süßigkeiten mitbringt. Das ist so widerlich und so schrecklich, weil einfach diese Mädels dachten, der will uns ja nichts Böses und das hat irgendwie alles seine Begründung hier und am Ende ist es wahrscheinlich genau das, was irgendwie sicherlich, wenn nicht für immer, dann auf jeden Fall für lange Zeit zerstört ist, dieses Vertrauensgefühl. Und es ist so, weil du sagst, gerade hunderte von Frauen, also insgesamt soll er über zwei Jahrzehnte lang hinweg mindestens 265 Frauen und Mädchen Sexuell missbraucht haben. Ein Opfer war bei der Tat erst sechs Jahre alt. Auch sie hat im Prozess gesprochen, dazu erzähle ich gleich mehr. Insgesamt war der Prozess sehr, sehr, sehr heftig. Also von diesen 265 Frauen hatten um die 150 ausgesagt. Viele von ihnen waren dafür direkt im Saal. Weitere Aussagen wurden aber dann auch von anhand von Videoaufzeichnen protokolliert. Also sowohl als auch und man kann sich das ja nur vorstellen, es war super emotional. Viele haben wirklich geweint, während sie ausgesagt haben, haben von Albträumen, Schlafstörungen, Ohnmachtsgefühlen bis heute berichtet. Und natürlich, das verwundert nicht, nicht verarbeitete Traumata. Also genau das, was Simone Balz auch irgendwann erwähnt, dass sie einfach das in sich trugen die ganze Zeit. Und es fielen so Sätze wie, er hat mein Vertrauen missbraucht und mich mehr als hundertmal bedrängt und genötigt. Dann gibt es ein junges Mädchen, die 2009 Suizid beging, nachdem sie Jahre zuvor ebenfalls Opfer von Nessa wurde. Und die Mutter hat im Gerichtssaal auch gesprochen und sagt eben, oder sagte damals, damit fing alles an, weil ihre Tochter danach, weil sie es nicht verarbeitet hat, in einen, ja, Drogenstrudel geriet und sich dann eben leider das Leben nahm. Und die Mutter machte ihn natürlich dafür verantwortlich. Und ein weiteres Mädchen sagte vor Gericht, er berührte die unschuldigsten Stellen meines Körpers. Ich habe für immer einen großen Teil meiner Kindheit verloren. Und dann spricht sie Nessa direkt an und sagt, du hast mich und meine ganze Familie manipuliert. Und das sind nur so ein paar Aussagen jetzt hier gerade, also da gab es natürlich einige mehr. Und während diese Frauen, oder dann zu dem Zeitpunkt schon Frauen, damals waren es ja Mädchen, während diese Frauen vor Gericht eben Nessa auch selbst adressierten, hatte er zwischendurch mehrfach sein Gesicht in seinen Händen vergraben und immer wieder laut geschluchzt und so. Und das ist einfach, wenn man sich das mal anguckt, das Material von vorher auch, dass man einfach nur denkt, das kann alles nicht wahr sein. Also weil er hatte vorher immer gesagt, er sei nicht schuldig und er hätte das immer wieder zusammen mit seinen Verteidigern auch eben auf diese Behandlung geschwoben, dass das eine legitimierte Art und Weise gewesen wäre, diese Behandlung bei diesen jungen Frauen oder Mädchen durchzuführen. Und dann hat er irgendwann, glaube ich, gemerkt, das funktioniert nicht. Also er wird da so nicht rauskommen und hat dann eben versucht, diese Reue zu zeigen, hat sich dann schuldig bekannt und hat dann vor Gericht irgendwann gesagt, sein Vergehen täte ihm unfassbar leid und er bete um Vergebung und wünsche seinen Opfern Heilung. Und da denkt man sich einfach nur, ist ein bisschen spät. Ja, Heilung. Also ich meine, man sieht es an Simone Biles, wie lange es dauert, bis ein Mensch überhaupt ansatzweise verarbeiten kann. Und eine Heilung wird es wahrscheinlich niemals für diese jungen Frauen geben. Und ich finde das so unfassbar. Ja, ich glaube, sie finden einen Weg, damit umzugehen. Also ich glaube, Simone Biles hat für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber wie du schon sagst, es ist halt Jahre gedauert, bis das mal hochgekommen ist, an die Oberfläche gekommen ist. Wie die unterdrücken das so sehr und dann 15 Jahre später, bei manchen ja auch, oder 10 bis 15 Jahre später kommt das auf einmal dann alles hoch. und dann können sie auch erst anfangen, das zu verarbeiten, weil ich glaube auch, dass du ja auch wie mit 8, mit 6, 8, 12 Jahren nicht verstehst, was dir passiert ist, aber vielleicht mit 30 oder wenn du selber mal Mutter wirst und auf einmal checkst, was da eigentlich abgegangen ist. Ja, total. Also von diesen 150 Frauen, die da vor Gericht ausgesagt haben, waren natürlich auch Simone Biles vor Ort und sie ist die eigentlich prominenteste, sage ich mal, von allen, weil sie eben bei den Olympischen so abreißt und so bekannt ist und sie hat unter anderem gesagt, dass sie jedes Mal, wenn sie zum Arzt gehe, irgendwie fürchten würde und also das zeigt ja eigentlich nur, dieser eine Satz zeigt, wie krass ihr Vertrauen einfach kaputt ist und sagt, sie versucht es zu verarbeiten oder wir, also die sprechen ganz oft von wir und nennen sich Survivors, also Überlebende, weil es einfach natürlich diese Gemeinschaft sicherlich auch echt viel, viel hilft, dass man weiß, man ist nicht alleine, so schlimm es das auch macht, aber auf der anderen Seite für jemanden, der betroffen, eine betroffene Person ist das natürlich irgendwo ein Anker und sagt ihm, wir versuchen es zu verarbeiten, aber es wird dauern und sie hatte dann irgendwann ihre Entscheidung, den Missbrauch auch öffentlich zu machen, hat sie begründet in einem langen Twitter-Post, den posten wir euch auch bei Instagram, da steht unter anderem drin, die meisten von euch kennen mich als glückliches, albernes und energiegeladenes Mädchen, aber zuletzt fühlte ich mich teilweise gebrochen und je mehr ich versucht habe, die Stimmen in meinem Kopf auszublenden, umso lauter haben sie geschrieben, ich habe keine Angst mehr, meine Geschichte zu erzählen, auch ich bin eine der Überlebenden, die von Larry Nessar sexuell missbraucht wurden. Und sie habe sich zu lange gefragt, sagt sie auch, ob sie zu naiv gewesen sei oder ob es ihre Schuld war und sagt daraufhin, ich weiß jetzt, was die Antwort darauf lautet, nein, nein, es war nicht meine Schuld, sondern die von Larry Nessar und von einem ganzen System. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, auf dieses ganze System, weil diese jungen Frauen natürlich nicht den Support bekommen haben, den sie hätten haben müssen an dieser Stelle. Aber ich mache erstmal weiter, weil ich es ja eben schon gesagt habe, es war ein Mädchen, die war erst sechs Jahre alt, als Nessar sie das erste Mal anfasste und das ist Kiles Steffens, Stevens. Jahrelang hatte er bei ihr, hatte er sie besucht, in ihrem Elternhaus und irgendwie da die Behandlung durchgeführt und sie berichtet nämlich dann auch, dass er bei diesen Besuchen eben seine Finger in ihr Geschlechtsorgan hineinführte und eben seine Genitalien an ihr rieb und sie hatte vor Gericht ausgesagt und hat gesagt, du bist ein abscheulicher Lügner und kleine Mädchen bleiben nicht für immer klein, sie werden zu starken Frauen, die deine Welt zerstören. Und das hatte sie auch berichtet, deswegen sagte ich das eben schon, ihre eigenen Eltern hätten ihr später nicht geglaubt. Also sie hat wohl ihren Eltern dann danach davon berichtet und die haben aber so viel Vertrauen in Nessar gehabt und dem so viel Vertrauen geschenkt, dass sie ihre eigenen Tochter nicht geglaubt haben, das muss man sich mal vorstellen. Und ja, daraufhin bekam eben Kile Depression, Angststörung, absolut kein Wunder, finde ich. Sie habe Scham, Ekel und Selbsthass verspürt und später seien dann noch Depressionen, eine Angststörung und Essstörung dazugekommen. Und das ist natürlich ein ganzes Brett an Sachen für so eine junge Frau und es ist ein Wunder, dass, finde ich, sie sich da hinstellt vor Gericht und eben so eine Kampfansage eigentlich macht. Also ich habe da wirklich tiefste Bewunderung und absolute Faszination, könnte man schon fast sagen, für diese jungen Frauen, die sich da so rausgekämpft haben irgendwie und sich nicht in diesem Strudel an negativen Emotionen irgendwie verloren haben. Ja. Also, Wahnsinn. Es gibt weiterhin, also das sind jetzt wirklich nur ausgewählte Namen, weil die mir so während der Recherche echt aufgefallen sind oder im Kopf geblieben sind. Rachel Den Holländer heißt sie. Sie war es, die mehr oder weniger den Anstoß brachte, dass dieser Missbrauchsskandal aufkam so ein bisschen. Sie war 15 damals, als Nessa sie während einer seiner Behandlungen missbrauchte und sie hat ihn dann im Sommer 2016 angezeigt und sie ist Anwältin heute und hatte sich natürlich vorher gut überlegt, ob sie die Geschichte öffentlich macht, denn ihr war klar, dass dann all ihre intimsten Details für immer für alle zugänglich sind und man ja so ein bisschen natürlich dann dieses, diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, diesen Opferstempel halt bekommt und du bist dann immer irgendwie, ja, ein Opfer und hat sich dann aber doch dafür entschieden, weil sie halt eben sagt, ey, es ist immer noch, es passiert so viel und sie will da irgendwie für kämpfen und macht sich unter anderem deswegen auch für Gesetzesänderung stark, denn sie sagt, das Zeitfenster für Klagen wegen sexuellen Missbrauchs ist viel zu kurz. Das verjährt irgendwann und dann kannst du nichts mehr machen und Opfer, so wie sie selbst, sind meist so gebrochen, dass sie erst nach, sagen wir 15 oder 20 Jahren darüber sprechen können, also das dauert, bis man das verarbeitet hat, so weit für sich, dass man sich bereit fühlt, diese Details irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen und sie selbst, und deswegen ist die mir so im Kopf geblieben, hat vier Kinder und sie sagt heute, diese vier Kinder würde sie niemals auf hohem Niveau in Amerika Sport treiben lassen, denn, das sagt sie heute noch, so ein Fall wie bei Nessa könnte jederzeit wieder passieren, solange sich da nichts ändert und das fand ich so krass, weil irgendwie natürlich die Vorfälle sind alle jetzt schon ein paar Jahre zurück und man würde ja eigentlich denken, dass nach so einem Gerichtsprozess vor allem, der dann auch öffentlich so viel stattfand, dass da irgendwie mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sowas liegt, aber irgendwie doch immer noch nicht ausreichend genug. Wir haben Michaela Maroney, die auch während des Prozesses aussagte und eben auch berichtete, dass auf dem Flug zur WM 2011 in Tokio hatte ihr Nessa eine Schlaftablette verabreicht und das erste, an das sie sich danach erinnerte, war dann, dass sie alleine bei ihm im Hotelzimmer war und eine Behandlung erhielt und sie habe in dieser Nacht gedacht, dass sie sterben würde. Sie war damals 15. Auch sie hatte den Sexuellen Missbrauch dann 2015 öffentlich gemacht und ja, das somit quasi angestoßen. Wir haben weitere Frauen wie zum Beispiel Gabby Douglas oder Ailey Raisman, die waren auch ganz, ganz wichtig und Schlüsselfiguren in diesem Prozess, weil sie die ersten waren, die da echt öffentlich drüber gesprochen haben und echt für gekämpft haben. Ailey Raisman hat auch ein Buch darüber geschrieben oder beziehungsweise eine Autobiografie rausgebracht und das erwähnt sie dann eben auch und sie sagt, es war, als würde man einem Pädophilen auf dem Silbertablett unschuldige Kinder servieren. Und das ist so ein bisschen bezeichnend und bei ihr habe es 14 Monate gedauert, bis sie nach ihrer Anzeige vom FBI kontaktiert wurde und das ist ein guter Übergang zu dem Problem, was ich eben schon einmal angeschnitten hatte, nämlich einige dieser Frauen haben ja dann irgendwann den Missbrauch gemeldet und haben sich an das System gewandt und von dem System rede ich FBI, USA Gymnastics, das Olympische Komitee und so, also die haben sich bei Stellen gemeldet und das Problem war einfach, dass zum Beispiel USA Gymnastics Nessa erst 2015 entließ, obwohl es vorab schon klare Hinweise darauf gab, dass da etwas nicht, überhaupt nicht mit rechten Dingen zugeht und USA Gymnastics hat dann auch den Fall Nessa erst fünf Wochen später den Behörden, also dem FBI, gemeldet und es konnte festgestellt werden, dass von einem führenden Mitglied von USA Gymnastics angeordnet wurde, dass Dokumente verschwinden. Also da sind ein paar Sachen nicht wirklich richtig gut gelaufen, könnte man, um das noch milder auszudrücken, sagen und Simone Biles und eben diese anderen Frauen haben, ja, gehen dagegen vor, noch immer und haben das natürlich sich nicht gefallen lassen, zum Glück, weil sie sagen, sie sind fundamental im Stich gelassen worden und Biles hat mehrfach schon betont, sie möchte nicht, dass noch eine Athletin oder irgendjemand diesen Horror erleben muss, den sie und hunderte andere durchmachen mussten und noch immer durchmachen, sogar bis zum heutigen Tag und deswegen setzen die sich so dafür ein und haben im September 2021, da war Biles dabei, Alexander Raisman, Michaela Maroney, ja, schwere Vorwürfe gegen das FBI erhoben, gegen USA Gymnastics und auch das Olympische und Paralympische Komitee der USA, weil all diese Behörden, sag ich mal, oder all diese Stellen eben die Hinweise der Athletinnen nicht nachverfolgt haben und somit natürlich Nessa irgendwie von dem System geschützt wurde, so könnte man ja schon fast sagen und nicht nur das, weil dadurch, dass sie das einfach nicht verfolgt haben, haben sie ihm sozusagen Zeit geschenkt, könnte man sagen, denn so war es ihm möglich, diesen Missbrauch überhaupt weiter, weiterzuführen und weiterzumachen und die Frauen verlangen natürlich Antworten und die verdienen sie auch und sagen halt, wir haben gelitten und leiden immer noch, weil niemand von diesen Stellen das getan hat, was nötig war, um diese jungen Frauen zu schützen und weil es, und ich fand das auch sehr einprägend irgendwie, sagt, wir haben alles getan, was sie von uns verlangt haben, selbst wenn wir es nicht machen wollten und diese Stellen hatten nur eine Aufgabe und das war, diese jungen Mädchen zu beschützen und das ist nicht passiert und ich finde es so krass, also als wäre das nicht alles schon genug, diese Investigativ-Recherche, Friedi, die du eben erwähnt hast, von diesem Indie-Star, da kam auch raus, dass USA Gymnastics nicht alle Vorwürfe gemeldet hatte und das wiederum hat es verschiedensten Trainern, also wir reden ja jetzt hier auch nicht nur, sag ich mal, von Nessa, sondern es gab ganz, ganz viele andere Trainer auch, die da auch irgendwie involviert waren und bei denen auch etwas rauskam und die konnten irgendwie von Turnhalle zu Turnhalle quasi wechseln, obwohl es Warnungen und Beschwerden über sie gab und ja, am Ende war es irgendwie ein weitaus größeres Ausmaß, als man immer dachte, weil mindestens 368 Turneren in den letzten 20 Jahren da schon sexuellen Missbrauch angezeigt hat und USA Gymnastics nichts dagegen getan hat. Die haben das einfach weiterlaufen lassen und ja, nachdem dann aber natürlich der Prozess gegen Larry Nessa dann immer mehr auch in der Öffentlichkeit stattfand, und das Bewusstsein hoffentlich so ein bisschen ja angestupst wurde, auch dadurch, hatte USA Gymnastics dann 2018 Insolvenz angemeldet und das Olympische Komitee hatte angekündigt, diesem Verband eben den Status als nationale Dachorganisation abzuerkennen. Mitte Dezember 2021 hat dann ein Gericht in Indianapolis den Opfern eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 380 Millionen Dollar zugesprochen. Diese Summe muss allerdings nicht Nessa selbst zahlen, sondern die muss eben von diesem Turnverband USA Gymnastics aufgebracht werden. Die Präsidentin entschuldigte sich dann auch noch öffentlich und kündigte an, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um eben den Sportlern oder Sportlerinnen einen besseren Schutz auch zukünftig bieten zu können. Und das Ganze ging natürlich noch weiter, weil, wie ich eben schon gesagt hatte, auch das FBI wurde von Bals und Co. ja angegriffen, sage ich jetzt mal, zu Recht, weil eben klar war, die Behörden haben versagt und die sind den Hinweisen viel zu spät halt eben nachgegangen und am Ende hat dann das US-Ministerium auch knapp 140 Millionen Dollar Entschädigung gezahlt, eben weil da einfach viel zu spät etwas getan wurde und das hatte ich ja eben schon gesagt, es hat teilweise mehrere Wochen gedauert, bis da überhaupt irgendwelche Gespräche geführt wurden, irgendwas weitergereicht wurde. Es gab Anzeigen, die nicht weiter verfolgt wurden und Bals sagt eben auch, wenn das FBI einfach seinen Job gemacht hätte, dann hätte Nessa gestoppt werden können, bevor er jemals die Chance hatte, hunderte Mädchen inklusive mir zu missbrauchen. Und das ist halt so Wahnsinn, da weiß man halt wirklich hunderte, also insgesamt hast du ja gerade gesagt, waren es 368 Turnerinnen, also auch mit den anderen Trainern zusammen, aber alleine Nessa, bei Nessa gehen ja schon über 200 Turnerinnen auf sein Konto. Ich frage mich immer und das habe ich mich auch gefragt so, warum konnte man, warum hat man das nicht weiter verfolgt? Das fand ich so Wahnsinn, weil ich hatte nämlich auch noch, es fällt mir gerade ein, es gab auch zum Beispiel, dann, es gab auch einen Fall, da hat einem, ein Mädchen, ihrer Mutter das erzählt und hat gesagt, Mama, irgendwie, ich hatte so eine Behandlung bei Larry Nessa und der hat seine Finger in meine Vagina eingeführt und die Mutter nur so, und sie hat es halt direkt gecheckt und meinte, bitte was, meine Tochter wurde gerade gefingert und dann hat sie die Behörden angerufen, also USA Gymnastics angerufen und von denen kam einfach nur zurück, dass sie sich drum kümmern würden, haben sich aber nie drum gekümmert, haben sich nie drum gekümmert und ich frage mich halt, warum, war denen, wäre der Skandal zu groß gewesen? Wahrscheinlich, war denen die Mädchen zu wertvoll, also das Geld und die Goldmedaillen, war das so viel wertvoller als das Wohlergehen der Athletinnen, das habe ich mich dann halt gefragt, also welchen Grund hat man, wenn man so oft einem zugespielt wird? Also das gab ja immer wieder Warnzeichen, wiederholte Warnzeichen, es hat nicht jede Turnerin, nicht jede Athletin gesprochen, weil manche es auch nicht verstanden haben, aber wenn jemand gesprochen hat, dann musst du dem doch nachgehen. Ich verstehe nicht, wie so ein Verband oder ein Trainerstab, ist ja ganz egal wer, dass sie da einfach, oder das FBI, dass sie da einfach sich nicht angemessen verhalten haben, das finde ich wirklich unbegreiflich. Ja und das ist das, was Simone Balz auch sagt, also die macht vor allem das System dafür verantwortlich und kämpft da bis heute gegen und verlangt eigentlich von denen noch bis heute Antworten und wehrt sich da, weil genau das, was du sagst, aber am Ende sind es wahrscheinlich all die Gründe zusammen. Ist es Macht, ist es Geld, ist es, man will nicht diese negative Publicity haben, also es sind so viele verschiedene Gründe, warum, warum da wahrscheinlich einfach nicht gehandelt wurde. Genauso finde ich es krass, dass, ich meine, da wendet sich eine junge Frau an das FBI, das ist so die oberste Ermittlungsbehörde der USA und hier diese McKaylor zum Beispiel hat auch später dann erzählt, dass sie eben beim FBI angerufen hat und ihre intimsten, schambehafteten Details da irgendwie preisgegeben hat und der FBI-Beamte habe am Ende einfach nur gesagt, ist das alles? So hat er dann darauf reagiert, ist das alles? Und ihre Aussage wurde wohl lange nicht gemeldet und erst nach 17 Monaten dokumentiert und dann wurde die Schilderung auch noch falsch dargestellt. Und McKaylor sagt eben, sie haben sich entschieden, über das, was ich sagte, zu lügen und einen Serienmissbraucher zu schützen, anstatt nicht nur mich, sondern uns wie viele andere zu schützen. Und ich finde das so heftig. Ich finde das auch heftig. War denen das nicht schlimm genug? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ich weiß es nicht. Aber das ist für mich unbegreiflich und ich finde es absolut richtig und wichtig, dass Simone Biles da gegen das komplette System vorgeht, weil es ist ja das System, was es halt eben ermöglicht. Es ist eine fast schon eine Kultur innerhalb dieser Turngemeinde, die dir Indies da aufgedeckt hat. Wie du schon sagst, das es halt Trainern ermöglicht hat, von Turnhalle zu Turnhalle zu wechseln, trotz Warnungen. Und das gab es im Schwimmen auch und das finde ich so krass. Das war ja dann auch, da war, also mein ehemaliger Schwimmtrainer, der war in Kiel und in Kiel kam dann raus, dass er Sex hatte mit einer Minderjährigen, so einer Schutzbefohlenen. Es war jetzt kein Missbrauch in dem Sinne, weil sie das wohl gewollt hat, aber eigentlich ist es schon Missbrauch, weil er einfach seine Macht missbraucht hat und sie einfach minderjährig war und er war über 30. Und was hat der Deutsche Schwimmverband gemacht? Der war in Kiel vor Gericht und durfte dann aber in Wuppertal weiter trainieren. Das finde ich so, da wurde der ein Jahr lang gesperrt und dann war halt so, ja, nee, komm, nee. Ja, das ist so, weil es war nämlich auch so ein toller Trainer und er hatte nämlich auch Olympioniken unter sich und er war so hoch anerkannt im Deutschen Schwimmverband, da kann ich mich immer so aufregen, dass sie gesagt haben, ja, nee. Schlimm. Nee, der muss ja, der muss ja unsere, der muss ja unsere Leute trainieren. Das muss man sich mal vorstellen, damit die dann einfach, damit sie Medaillen holen. Ja, das ist absurd, aber am Ende ist das natürlich immer dieses Geldthema Macht. Also traurigerweise ist man das ja schon fast gewohnt, dass sowas halt Gründe dafür sein können, die irgendwie wichtiger sind als das Wohlergehen von jungen Menschen. Und ich finde, dass auch irgendwie, also all das, was da passiert ist und dass da irgendwie man sich einfach nur vorstellt, dass man auch als Eltern da sein junges Mädchen irgendwie in die Obhut von diesen Stellen gibt und irgendwie denkt, okay, die sind da wohl auf und werden gut behandelt und dann passiert im Hintergrund sowas, das ist einfach unbegreiflich irgendwie und unfassbar. Ja. Und es ist gut, dass da immer auch weiter noch gegen vorgegangen wird und dass da immer noch, ja, die Aufmerksamkeit so ein bisschen drauf liegt. Auch es gab dann irgendwie Jahre später einen neuen FBI-Chef, also der war gar nicht zu dem Zeitpunkt des Skandals noch gar nicht im Amt und der hat dann aber wirklich sich auch öffentlich entschuldigt und eben ein Versagen seiner Behörde eingeräumt und direkt auch die Leute, von denen er dann schon wusste, dass die irgendwie damals da einen Fehler begangen haben, hat er direkt entlassen und so und. Aber ich glaube, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist nur so groß rausgekommen und so groß geworden, weil die Mädchen, die da dann da gesessen haben, über die du gerade beschrieben hast, die neben Simone Biles da gesessen haben auch, weil sie halt einfach die ganzen Olympioniken sind, weil es halt die Turnstars Amerikas sind und vor allem mit Simone Biles eine der erfolgreichsten Sportlerinnen aller Zeiten von Amerika und dass die da sitzt und sagt, ich wurde von euch, von eurem System im Stich gelassen. Ich finde es wahnsinnig stark, dass sie das gemacht hat. Es gibt ja auch manche Mädchen, von denen man glaubt, dass sie auch missbraucht worden sind, die aber nicht ausgesagt haben, wahrscheinlich auch wegen irgendwelchen NDAs oder was ja auch in Ordnung ist, weil sie einfach nicht diesen Opfer oder Survivor oder Betroffenenstempel haben wollen. Das ist ja auch jedem selbst überlassen, ob man über seine größten oder schlimmsten Erfahrungen und Traumas sprechen möchte. Aber ich frage, also das ist so, ich mache das so, weil du gibst als Elternteil dein kleines Kind, die fangen ja mit vier Jahren an, in der Obhut von Fremden und du musst denen vertrauen, dass die jeden Tag darauf aufpassen, dass es dem Kind gut geht. Ja. Zu missbrauchen ist einfach, ja, ohne, ohne Worte. Ja, richtig. Abschließend noch einmal, falls ihr euch fragt, was Larry Nessar gerade so macht, der sitzt halt immer noch im Gefängnis und verbüßt seine demnislange Strafe, zu Recht, und da, also wirklich, da habe ich, dieser Mann, also am liebsten würde ich da jetzt eigenhändig hinfahren und irgendwie, weiß ich nicht, ich sage es nicht. Auf jeden Fall wurde er 2023 im Gefängnis niedergestochen. Mit einem anderen Häftling hatte er nämlich eine Auseinandersetzung gehabt und er hatte daraufhin dann Stichverletzungen am Rücken und in der Brust erlitten. Dieser Angriff soll nachts stattgefunden haben, aber er hat es überlebt und ihm geht es gut, den Umständen entsprechend, aber der sitzt halt da und das ist auch richtig so und als Kinderschänder ist es, glaube ich, nicht sehr leicht in amerikanischen Gefängnissen, sagen wir es mal so. Ja. Zu Recht. Ja, absolut zu Recht. Die Mädchen haben ihn einfach, die haben ihm einfach vertraut. Ja. Die wussten nicht, was mit denen passiert. Er hatte immer Zugriff auf diese Frauen. Immer. Also der nicht nur irgendwie, der konnte morgens, mittags, abends, nachts zu denen gehen. Er hatte immer Zugriff einfach darauf, auf seine ganzen Opfer. Das muss er im Schlaraffenland gewesen sein. Ja, klar. Er wusste ja gar nicht, wahrscheinlich mal gar nicht, wohin. Ja. Vor ganzen lauter jungen Mädchen, auf die er da die ganze Zeit zugreifen kann und auch alleine mit denen Zeit verbringen kann, ohne dass eine Trainerin auch mal sagt, das ist doch irgendwie komisch. Ja. Das ist ja, dass da keiner reagiert hat. Wahrscheinlich so wie so oft. Viele haben einfach weggeguckt und wollten keine Probleme verursachen und wollten nicht gegen dieses System. Das ist ja wieder eigentlich so, David gegen Goliath, so wie wir das so oft haben. Einfach kleine Namen, sage ich mal, gegen dann das große ganze System. Aber ich finde es umso schöner, dass es Menschen wie Simone Balz gibt, die in der Öffentlichkeit stehen und das dann alles auch noch so publik und öffentlich machen, weil das sind Vorbilder für andere junge Frauen oder auch andere junge Männer natürlich, denen sowas widerfährt und für andere betroffene Personen, die dann einfach Mut schöpfen und Mut fassen und auch sich aussprechen. Und ich finde, und das hat Simone Balz auch immer gesagt, dass die Opfer von Nessa über ganz Amerika verteilt sind, weil die natürlich nicht immer an einem Ort geblieben sind und irgendwo alle das gleiche Schicksal teilen, aber in unterschiedlichen Heilungsstadiums und die geben sich Halt und Kraft über Online-Gruppen, wo sie dann Kontakt drüber haben. Und ich glaube, dass sowas total hilft, dass man sieht, man ist nicht alleine. Und wenn man jetzt Simone Balz, die jetzt ja ganz aktuell am 4.8. in Paris dann noch die nächste Goldmedaille bekommen, hat und so, wenn man das alles dann sieht, dass die ihren Weg da irgendwie gefunden hat und da einfach weiterkämpft und den Mut nicht verliert, sowas hilft ja total. Und das ist schön, dass es solche Menschen gibt, die das nach außen dann halt auch eben anderen Mut geben. Ja, ich finde auch, ich finde, das ist so eine wahnsinnig starke Frau. Also ich meine, jetzt, wo ihr die ganze Geschichte gehört habt, ist es, finde ich, es ist ja noch mal krasser, dass sie gesagt hat bei Tokio, ich kann das nicht, gestoppt hat, sich in die Fernsehsendungen gesetzt hat dieser Welt und einfach über ihre psychischen Probleme gesprochen hat. Und deswegen finde ich es noch unverständlicher, wie man dann einfach so jemanden als Versagerin hätte, konnte damals abstempeln und warum sie so viel Hate abbekommen hat im Netz und jetzt wahrscheinlich von den gleichen Personen wieder total hochgelobt und gefeiert wird. Also sie ist einfach ein absolutes Vorbild, unglaublich stark. Sie hat ja jetzt auch einen Mann, sie hat geheiratet in der Zeit, wo sie sich dann diese Auszeit genommen hat für sich. Sie ist also sozusagen privat angekommen und was ich bei ihr so schön fand, dass sie auch einfach gesagt hat, sie versucht jetzt so einen anderen Angang an den Sport zu bekommen. Es geht ihr darum, sie will einfach, es muss Spaß machen. Sie versucht Druck rauszunehmen für sich. Auch geil, dass sie dann einfach so, sie macht das jetzt gefühlt nur noch aus Spaß. Spaß geht vor und gewinnt trotzdem einfach alles. Aber total schön, dass man auch sieht, dass es so funktioniert und wie sie am Strahlen ist und ich glaube, was sie für die Turnwelt oder was diese ganzen Mädchen für die Turnwelt gemacht haben und für alle Turnerinnen, die dann auch kommen werden oder vielleicht auch nicht nur beim Turnen. Es wird auch die ganze Sportwelt wird ja dann beim Nachwuchs noch mehr darauf achten. Also es gibt ja einfach Sportarten, wo es körperlich wird, wo viel angefasst wird, wo Kinder, Jugendliche halbnackt durch die Gegend laufen, weil einfach die Sportklamotte so ist, wie sie ist. Ich meine, ob das jetzt in der Leichtathletik ist. Ich meine, wenn du alleine guckt, euch mal verschiedene Dehnübungen an, wie körperlich nah das ist. Oder beim Schwimmen, wenn die Trainer dann die Mädchen dann auch in Anzüge, in Schwimmanzüge helfen müssen. Das hat ja irgendwann auch dann nur zum Glück nachgelassen, weil dann stehen sie ja auch halbnackelig voreinander. Ich glaube einfach, dass diese Geschichte für die Zukunft sehr viel Gutes hoffentlich hervorbringen wird und dass ich hoffe, dass man da ein sehr, sehr, sehr genaues Auge drauf haben wird in Zukunft und dass sowas einfach in dem Ausmaß oder beziehungsweise dass sowas nie mehr passiert und vor allem nicht mehr in diesem Ausmaß. Das ist ja unglaublich. Ja, das können wir nur hoffen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr das alles so wusstet und mitbekommen habt damals vielleicht. Also teilt da gerne eure Meinung. Meldet euch bei uns, so sagt man es. Also wir sind gespannt und freuen uns auf euer Feedback und ich würde sagen, dann entlassen wir euch in euren Tag oder in euren Abend, wann immer ihr diese Folge hört und freuen uns schon auf die nächste. Ja, aber nicht ohne einen kleinen Reminder für unsere Tour. Oh, stimmt. Genau, es gibt noch Tickets zu kaufen. Alle Infos findet ihr bei uns auf unserer Instagram-Seite oder unter darksecrets.190a.de. Wir sind Ende Oktober in München, Berlin, Hamburg und dann am 3. November in Köln und wir tüfteln gerade auf euch alle. Ja, wir tüfteln gerade an einem Thema. Auch das wird sehr, 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 sehr spannend. Ihr werdet in Zukunft Hinweise erhalten, um was es gehen könnte. Wir versuchen es so spannend wie möglich zu machen und freuen uns auf euch. Genau. Also schlagt gerne zu und kommt zu unseren Shows. Bedeutet uns ganz, ganz viel. Genau. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster. Der Podcastagentur Der Podcastagentur von der Alster. Der Podcastagentur von der Alster.